Nehmen Sie den Maniok und wird mit diesem anderen Werkzeug geschnappt. Ich habe noch 20 Minuten gekocht, wenn der Maniok frisch ist, ist es ganz weich. Wie ich euch gesagt habe, die Leute lassen auch die Bananen reiten, weil die Kochbananen vor allem die reiten werden verbettet, um das Chicha zu machen, und damit das Chicha schneller geht, muss man diese Maniok frisch sein. Und dann diese harte Teile rausnehmen und dann wird das Wasser gewusst. Das wird gut gemischt. Und dann wird das Wasser gewusst. Und dann wird das Wasser gewusst. Und dann wird das Wasser gewusst.